Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Muku. Wir sind hier zurück auf Omega und ich habe gerade gesehen, wir haben hier noch irgendwas in der Gruppe zum Aufleveln. Okay, wir sind noch nicht so weit, dass wir hier die Disruptor voll aufleveln können. Bei denen geht hier eigentlich auch nichts. Okay, egal. Was soll's, dann vergesst das mal. Wir suchen hier allerdings noch nach den FBA-Kopplungen und nach etlichen anderen Ausrüstungsgegenständen, die uns was nützen könnten. Zuerst schauen wir mal unten vorbei, da wo ja der Quarianer war. So, hallo Ken. Haben wir denn nicht eigentlich das Ticket bezahlt? Oder? Wartet mal. Also wartet auch noch nach was? Was brauchen Sie? Wir könnten ihm das Ticket zahlen. Wollen wir das tun? Hm. Ach komm, weisst du was. Machen wir doch. Wie viel brauchen Sie, um von Omega wegzukommen? Dafür brauche ich immer noch 1000 Credits. Aber ich würde das nie von Ihnen annehmen. Es war mein Fehler auf einer Pilgerreise. Also ist es auch mein Problem. Hier, bitte. 1000 Credits. Und jetzt weg von hier. Ich. Danke. Damit kann ich meine Pilgerreise endlich fortsetzen. Ich kaufe mir sofort ein Ticket. Nochmals vielen Dank. Wieso auch nicht, können wir noch ein wenig Vorbildlichkeitspunkte sammeln, obwohl wir die sowieso nicht mehr brauchen, da wir eh enorm viel haben. Oh, und wir können bei ihm die FBA-Kupplungen holen von National Stellar Dynamics. Okay, sehr cool. Gehen wir uns. Schrotflintenschaden, 50.000. Merke ich mir mal. Wir schauen aber zuerst mal oben, ob wir dort noch was Wichtigeres haben. Das wir noch eher brauchen. Und ansonsten holen wir uns den Schrotflintenschaden, sofern nichts anderes da ist, was uns noch mehr was nützt. Denn wir haben hier, wie ihr seht, noch enorm viele Dinge. Unter anderem das Wichtigste überhaupt hier. Ich weiss gar nicht, ob man, wenn man das kauft, das überhaupt irgendwo auf der Norm hier rumliegt. Keine Ahnung. Waffenschaden, okay. Stärkeboost, Polster. Ja, okay. Sturmlaufgeschwindigkeit. Alles Dinge, die wir nicht zwingend bräuchten. Allerdings noch ganz nett wären. Merke ich mir also. Oh, wir können hier mit Samara reden. Die Leute kommen an solche Orte, weil sie ein besseres Leben suchen. Und nach ihrer Ankunft finden sie das hier. Leute voller Leben, die auf einer Welt voller Verbrecher in die Armut gezwungen werden. Sie verdienen Schutz. Sollte ich unsere Mission überleben, komme ich vielleicht hierher zurück. Sollte ich unsere Mission überleben, komme ich vielleicht hierher zurück. Oh, kannst du gleich mit Martin zurückkommen. Was haben wir hier noch? Diesen Auflauf. Und hier noch Harrod mit seinem Emporium. Was haben wir hier denn? Reserve Munition für schwere Waffen. Kostet kaum was. Modell. Naja. Kaufen wir uns einfach mal. Okay, so viel gibt es hier gar nicht mehr auf Omega, wie es ausschaut. Das heisst, wir holen uns bestimmt mal den Schrotflintenschaden. Und wenn wir dann noch Geld übrig haben, gönnen wir uns noch die restlichen Dinge hier oben, weil wir es können. Und weil es garantiert nicht schadet, etwas mehr Möglichkeiten zu haben, was die Ausrüstung angeht. Wahrscheinlich gibt es dann später auf Ilium auch noch wieder was Neues. Vielleicht auch mit der Citadel ein, zwei kleine Dinge, aber nichts mehr Grosses. Sonst, nehme ich mal an. Wir werden schon ziemlich viel haben. Wir gönnen uns diese hier. Das noch. Das hier. Ach komm, weisst du was. Und die Vornaugs. Naja, okay. Wie können wir es einlassen? Braucht man nicht unbedingt. Wollen wir noch schauen, ob wir mit den Salarianer reden wollen? Ähm, mal schauen. Hm. Will ich das? I don't know. Könnten wir ja mal anschauen. Ist das Shepard? Grüsse. Ich hatte gehofft, Sie würden vorbeikommen. Ich bin Isch und das ist Cell. Sie sehen aus, als wäre es gut, Sie zu kennen. Hm. Brauchen Sie was? Nun, wenn Sie so freundlich wären, könnten Sie über einen Vorschlag nachdenken, den ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlt. Okay. Was für Geschäfte machen Sie denn? Wichtige Geschäfte. So wichtig, dass wir mit Ihrer Hilfe ganz Omega verändern könnten. Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet an und Verkauf von geheimem Material. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich bin nur ein Geschäftsmann. Was meinen Sie damit? Finden Sie jemanden, der Ihre Drecksarbeit macht? Natürlich. Sie sind eben an einer Sache wie dieser nicht interessiert, die einen Ort wie Omega verändern könnte. Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Moment. Wovon reden Sie da? Nun, ich wollte ja nichts sagen, aber manche Leute hier machen Geschäfte mit anderen Leuten in der ganzen Galaxie. Wenn ich Informationen über diese Geschäfte hätte, könnten wir einigen Staub aufwirbeln. Mehr sage ich nicht. Hmm. Nee. Finden Sie jemanden anderen, der Ihre Drecksarbeit macht? Kommen Sie wieder vorbei, falls Sie Ihre Meinung ändern. Nun gut. Wollen wir mal lassen, weil, naja. So Geheimniskrämerei passt mir hier ehrlich gesagt nicht. Vor allem auf Omega, wo man sowieso kaum jemandem trauen kann. Also lassen wir das mal sein und düsen schnell zurück auf die Normandy. So. Dann hätten wir hier die Mission mit Samara ebenfalls abgeschlossen. Sehr schön. Dann fehlt eigentlich nur noch die Loyalitätsmission von Tali und die Reaper FFS. Und noch ein paar kleine Nebenmissionen. Ich denke, wir könnten bei den Nebenmissionen mal reinschauen. Danach die Reaper FFS organisieren. Und danach die Loyalitätsmission von Tali machen. Ich glaube, das ist keine schlechte Reihenfolge. Sollte am besten aufgehen. Hoffe ich mal. Und sonst schauen wir mal, wie es kommt. Hallo Kelly. Was Neues? Schauen wir mal rein. Nö, nichts Neues. Wollen wir nochmals mit Check reden? Gehen wir mal schauen. Zuerst hier noch rein. Wir schauen noch, was wir alles erforschen können. Ob wir überhaupt genügend Material haben, um hier gross zu verbessern. Panzerungs-Upgrades haben wir keine mehr. Hier gibt es noch weitere Extra-Munition für Schrotflinten. Nicht schlecht, vor allem für Grunt. Drumgewehrschaden auch nicht schlecht. Oh. Ach komm, weisst du was? Das können wir uns so easy leisten. Das Helios-Triebwerksmodul. Ähm, was haben wir noch? Krankenstation-Upgrade kann wir mal sonst wo. Ähm, was haben wir hier sonst noch? Die Allange? Wollen wir die mal ausprobieren? Nein, 15.000 Iridium ist halt schon... Ach, ähm, yeah. Hier auf jeden Fall machen wir mal das, was uns wirklich etwas bringt. Auch wenn es teuer ist, natürlich. Boah, vor allem den Schrotflintenschaden auf 50% drauf zu holen, ist schon teuer. Aber wir haben schon ziemlich viele Upgrades. Wollen wir nochmal kurz reinschauen, was wir denn alles überhaupt schon haben. Damit wir uns ein Bild machen können, was wir denn alles noch brauchen. Okay, gönnen wir uns zuerst mal von oben nach unten. So wie es sich gehört. Boah. Ähm, okay, was haben wir denn alles? Die Abklingzeit. Okay, schön. Die Bauerdiotische Kräfte. Hier voll ausgebaut. Sehr gut. Mhm. Schaden, Hackmodul. Sehr gut. Die Tanix-Kanone haben wir. Kopfschussschaden. Claymore. Vitalität. Zwei von zwei. Okay, hier haben wir alles. Maschinenpistolen schon. Medi-Shield-Kapazität. Den Multikern-Schild. Munition für schwere Waffen. Sehr gut. Alles schon komplett aufgebaut. Gelevelt. Hier Präzisionsgewehrschaden. Fehlt noch einer. Okay, aber das ist nicht mehr viel. Auf jeden Fall. Ähm, den Feldgenerator in Schadenschutz. Könnten wir auch noch um eins aufleveln. Also, nicht mehr viel. Aber wir haben schon ziemlich viel Schroflintenschaden. Sind wir noch ziemlich hinten rein. Aber brauchen wir ja nicht unbedingt. Schwere Pistole haben wir genügend. Die schwere Schiffspanzerung haben wir. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, Panzerung, Schilde, Kanone, Antrieb hatten wir ja. Die Sonden hatten wir auch schon. Ich glaube, da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen aktuell. Hier den Sturmgewehrschaden noch. Alles mögliche. Tech-Schaden haben wir auch schon fast komplett aufgelevelt. Also, wir sind auf gutem Wege hier. So, und wir reden mal noch mit Jack kurz. Ähm, so. Düsen wir kurz runter. Und dann schauen wir, was wir uns denn als nächstes für eine Mission rauspicken. Ich glaube, da war noch irgendwie eine Mission mit einem abgestürzten Raumschiff. Die ist sehr kurz. Also, könnt ihr vielleicht sogar in die 8.11 Folge noch reinpassen. Oder in die nächste, je nachdem. Eine ziemlich kleine Angelegenheit, die noch ein paar Credits rein spülen kann in die Kasse. Und eventuell noch ein weiteres Upgrade ergibt. Man weiss es ja nicht. Dann habe ich schon vor, bald mal auf die Reaper FFS zu gehen. Weil wir wollen ja etwas vorankommen hier in Mass Effect 2. So, da wären wir. Ab und runter. Schauen wir mal, ob sie ein neues Gesprächsthema hat. Wenn nicht, düsen wir das Vergleich wieder rauf. Tali können wir sowieso nicht reden, solange wir die Loyalitätsmission aktiv haben. Und Grunt hat sowieso kaum was zu sagen. Also... Wir müssen über unsere Beziehung reden. Ich sagte, ich will nicht über alles nachdenken. Ich will nur... Weißt du, wie das ist, wenn du glaubst, dass du allein bist und sich dann rausstellt, dass das gar nicht stimmt? Ich glaube schon. So schnell musst du nicht zustimmen, du Arsch. Die Antwort hier ist ja auch schön. Wenn du nachdenken musst, warte ich. Ein Weilchen. Es ist nur... Es ist seltsam für mich. Und du lässt einfach nicht locker. Wie soll ich darauf reagieren? Du bist seltsam, Shepard. Das macht mich irgendwie an. Okay, alles klar. Jo, Shepard ist seltsam. Ich glaube, da muss man nicht unbedingt ein Genie sein, um da drauf zu kommen. Beste Deutsch in der Galaxie. Da wären wir. Und ab rauf. Na gut, immerhin kurzes Gespräch. Schnell erledigt die Sache. Kein grosses Tamtam. Ist auf jeden Fall noch angenehm. Jack ist ja auch ziemlich durch, aber irgendwie mach ich die trotzdem. Nun gut. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Wir sind ja auch bald am Ende dieses Let's Plays angelangt. Also von Mass Effect 2 natürlich nicht der ganzen Reihe. Das ist ja klar. Denn nach der Reaper FFS geht es ziemlich schnell. Und dann sind wir schon im Finale. Kann ich jetzt schon mal verraten. Klar gibt es noch ein, zwei Dinge zwischendurch zu erledigen. Das ist klar. Aber wir stehen schon vor der Türe der Kollektoren. Wenn wir natürlich das Reaper FFS beschafft haben. Nur noch herausfinden müssen, wie das Ding denn genau funktioniert. So, weg von Omega. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit hier noch uns mehr Treibstoff rein zu hauen. Wir haben noch Bindur, ein Planeter reich an Platinist. Weisst du was? Vielleicht hat er sogar genügend Platin, damit wir uns, wow, okay nice, uns eventuell das Krankenstationsupgrade trotzdem irgendwann leisten können. Einfach weil wir es können. Oder halt noch restliche Upgrades, okay, noch gönnen können. Je nachdem, halt auch noch die schweren Waffen, die noch da wären. Hier seht ihr halt auch noch den Vorteil des Shadow Broker DLCs. Dass man hier solche Planeten erhält, wo man viel von einer Ressource hat. Und das kann äusserst praktisch sein, in gewissen Fällen, wenn man dann halt entsprechend viel von einer Ressource braucht. Macht ja irgendwie auch Sinn. Der Planet sieht ja auch schon ein wenig aus, als wäre der mit Platin durchzogen. So gräulich schimmernd, wie der hier ist. Naja, schimmernd nicht wirklich, aber ihr wisst was ich meine. Hier gibt es richtig, richtig fette Adern an Platin. Und das erfreut das Platinherz doch ein wenig. Boah, es ist so angenehm, wenn man so viele Sonden hier hat, dass man einfach raushauen kann und geniert. Wenn man noch ordentlich was an Platin hier rausholt. Alter Verwalter, das ist schon nice. Wir sind auf Mittel, also noch lange nicht fertig. Vielleicht finden wir was Gescheites noch. Ja, das ist zwar kein Platin, aber eine gute Menge an Iridium. Kann ja auch nicht schaden zwischendurch. Niedrig, aber weisst du was, da wir sowieso Platin benötigen wie sonst nichts. Schauen wir doch mal, ob wir eventuell doch noch irgendwo eine Ader finden, die sich lohnen würde. Naja, mehr oder weniger. Gibt es hier sonst noch was? Wir düsen durch den Weltraum und suchen nach Platin. Aber finden nichts. Vielleicht auch doch. Nein, mal schauen. Hier noch irgendwo was? Nein, ich glaube jetzt haben wir dann den Planeten eindeutig abgebaut. Gut, okay. Easy. Sehr nice. Oh, wir haben 60% hier schon von dem System. Das ist sehr gut. Wollen wir mal kurz ins Massenportal reinschauen? Boah. Äh, Planet reich und Platin ist trotzdem noch markiert. Okay. Was haben wir denn alles hier drauf? Okay, okay, okay. Ah, das Sollsystem haben wir natürlich auch. Okay, Repreffefes, abstürzendes Schiff. Das ist das, was ich gemeint habe. Oder Thali. Ich denke, wir düsen jetzt hier zum abstürzenden Schiff, wenn wir den treffen würden. Oh, das ist ein wenig mühsam hier zu treffen. Okay, hier ist es. Das System. Wenn halt die ganzen Infos aufploppen und man nicht dort kommt, ist dann schon ein wenig nervig. Aber gut, was soll's. Wir machen das allerdings am besten erst in der nächsten Folge. Weil und so. Kommen wir hier ein paar Planeten noch, rohstofftechnisch. Oh, der sieht hier cool aus. Und dann gehen wir in der nächsten Folge so gleich auf den Planeten. Ich will jetzt nicht unbedingt noch riskieren, dass ich die Folge abnormal überziehe. Auch wenn ich annehme, dass die Mission ziemlich kurz sein wird. Aber was soll's. Wir brauchen ja sowieso noch weitere Ressourcen. Und zwar nicht mehr so viele wie auch schon. Aber sicher genügend. Insbesondere die 50.000 Platin hätte ich dann doch schon noch gerne. Einfach ein wenig wegen Komplettierungswahn und so. Ihr kennt's ja. Okay, aber ich denke, hier finden wir nichts mehr Grosses. Darum düse ich hier auch ein wenig schnell durch. Ja, naja. 33%. 33%. Okay, wo ist denn hier der dritte Planet? Äh, okay. Hier den unerforschen Planeten, den Jonas, wo das Schiff abstürzt, können wir ja auch noch untersuchen. Auch nur Mittel. Boah. Das ist ja schon ein wenig deprimierend hier. Oh. Das kann man zum Beispiel noch mitnehmen. Und dann ist es auf niedrig. Aber wo zum Teufel ist der letzte Planet? Oder bin ich einfach nur blind? Oder zählt die MSV Broken Arrow hier noch dazu? Das glaube ich jetzt zwar ehrlich gesagt nicht. Aber, äh, puh. So haben wir hier drei Umlaufbahnen, dann heisst es hier, auf der äussersten müsste es ja fast schon sein. Irgendwo vielleicht so ein kleiner Kackplanet. Äh, Massenportalsprung? Nö, das ist es nicht. Hä? Okay, vielleicht bin ich einfach nur blind, kann auch sein. Egal. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect 2. Kommentiert von eurem Count Muku. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.